Musik 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 Es ist in die Zeit gefallen, als die Schwamendinger noch gegen das Tram waren. Es gab ja mal eine Abstimmung, ob das Tram auf Schwamendinger kommt oder nicht. Und ich bin auch komischerweise bei den Gegnern gelandet. Ich weiss es jetzt nicht mehr genau, wieso. Aber ich war also ein vehementer Gegner vom Tram, weil ich gesagt habe, die Entflechtung wird noch stärker. Wir hatten damals zwölf Prozent, nein, jetzt weiss ich es auch nicht mehr genau, wir hatten ganz wenig Arbeitsplätze. Also zwölf von hundert konnten in Schwamendinger arbeiten, und alle anderen mussten weg von Schwamendinger arbeiten. Und dadurch ist es eben die Schlafstadt geworden. Und ich habe eigentlich gedacht, je besser der Verkehr ist, ob der öffentliche oder der private Verkehr, umso kleiner ist die Chance, dass das Quartier eine eigene Entwicklung hat. Sondern es wird immer mehr zum Reservoir, fürs Zentrum. Und darum habe ich gedacht, es ist vielleicht noch gut, mit dem Bus mühsam nach Schwamendinger zu kommen, damit man vielleicht da selber sagt, ja, wir müssen etwas im Quartier selber tun. Aber das Tram ist natürlich wuchtig angenommen worden, von allen anderen Zürchern, nur nicht von Schwamendingern. Und vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, ja, wenn es jetzt schon ein Tram gibt, dann müssen wir auch schauen, die Leute nach Schwamendinger zu bringen. Und zwar auswärtige. Und nicht nur zu Führungen oder so, sondern wir haben dann angefangen, kulturelle Veranstaltungen in der Ziegelhütte zu machen. Grüezi, Frau Puchs. Wie geht's? Ja, es geht so. Es hat einen fulminanten Erfolg gehabt. 1992 haben wir angefangen. mit der grossen Schwamendinger Oberdorfoper. Und zwar ist das zusammen mit Beate Schlatter, also mit dem Cabaret Götterspass und noch erweiterte Crew. Und ich habe die Götterspass Leute gekannt, den Beate Schlatter vor allem, weil ich da in Deutschland einmal eine Roadie war von der Frauenband Lilliput. Und ähm, dort war der Schlatter als einziger Mann am Schlagzeug und ich habe das P.A. gefahren. Jetzt haben wir den Ohlen, jetzt soll er endlich Ruhe geben. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Okay, der Beate Schlatter hat auch mein Leben irgendwie begleitet und ich habe mich dann angefragt, ob die Schwamendinger Oberdorf ... Also damals wussten wir natürlich noch nicht ob es ein Oberdorfopper gibt. Aber ich habe gesagt, wir machen Theater hier in der Ziegelhütte. Ich konnte die Autoren überzeugen, dass man das machen muss. Schwamendinger Quartierverein oder so. Und die Leute um der Beate und der Patrick Frey und Andreas Dobler haben dort noch mitgemacht. Wir waren also Crew, sagen wir mal von 10 bis 12 Leuten, die das vorantrieben haben. Und das war ein fulminanter Erfolg. Herr Ueber, ich will Ihnen jetzt mal etwas sagen. Lobowski, sagt Ihnen den Namen nichts? Natürlich kann ich den Herrn Lobowski. Er kennt doch nichts, Lobby. Herr Ueber, der Herr Lobowski wird ja einer von unseren Vorstellungen da unten sitzen, das hat man seine Sekretärin persönlich geschrieben. Und Sie wissen ja, Herr Ueber, der Herr Lobowski hat da hinten in Öhrlücken mit Keiz so ein bisschen Ja gefällt. Und ich sage es Ihnen, er macht ihn nur auf so eine neue Zernierung von der in der Liederdorfopper. Ah ja, er hat immer schon eine gute Nase gehabt, glaube ich. Ha, jetzt muss ich aber etwas ganz klarstellen. In dem Stock gibt es überhaupt nur eine Rolle, die für mich gefragt wird. Und das ist der Buh, der Heilig. Das ist meine Rolle. Das ist immer schon meine Rolle gewesen, aber 25 Jahre lang ist mit der Ruedi Walter von der Sonne gestanden. Und hat zwar noch mehr gesungen, mir mag halt niemand etwas kommen und drei in dem Abend gelaufen. Aber nicht gegen der Ruedi Walter. Er ist ein hervorragendes Ausbilder gewesen. Ich habe mich verstanden. Entweder ich spiele der Heiliger Bur oder ich kaufe jetzt aus und das ist ein von einer Produktion. Das weiss ich. Die Leute sind nach Schwamendingen geströmt und der Büchertreif hat die Billete verkauft. Und genau so ist dann irgendwie ein Traum in Erfüllung gegangen, dass nämlich die von der ganzen Stadt und von aus, die jetzt nach Schwamendingen kommen, zum Theatergewalt. Es gab dann auch andere Sümmer mit anderen Theaterprogrammen, die vielleicht nicht mehr den Erfolg hatten, wie das Erste. Aber eigentlich den Ruf, dass man nach Schwamendingen im Sommer geht, irgendwie gefestigt hat. Und das Schöne, wirklich das Schöne, und das macht mein Herz jetzt noch warm ist, dass wirklich auch Schwamendinger mitgemacht haben. in die Kostüme haben sie mitgemacht. Und die Kasse, dann hat Dani Schwab und Hans-Peter Schnäbeli und all die Schwamendinger Grössinnen haben da mitgewirkt. Und auch der damalige der damalige Regierungsrat Leuenberger ist dann gekommen, eigentlich regelmässig, jeden Sommer hat er dann das schauen. Und es hat einen gewissen Ruf gehabt. Und ich habe mit einer gewissen Satisfaktion auf die Zeit zurückgeschaut. Finanziell hat es nie wahnsinnig rentiert. Aber in dem Sinne reihen wir uns ein in eine typische Kulturgeschichte, die finanziell nie so gut ist wie den Ruf. Aber alleweilen, wir haben überlebt. Und jetzt leben wir halt noch ein wenig von den schönen Anekdoten. Wieso haben Sie eigentlich den schönen Hof, müssen verkaufen? Mit dem nigelnagelneuen Suzuki-Fütterungscomputer? Und den zwei stadtlichen Silos neben den zweistöckigen Bodenhaltungseienanlagen? Eure Hand Ruf! 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 des Büchertreffs definiert worden ist. Ich denke, Deli Schwamendingen ist eine Möglichkeit, das neu zu interpretieren, was heutzutage die Quartierkultur sein kann. Ich bin überzeugt, dass da sehr viel passiert, von dem wir nicht wissen. Ich selber bin da nicht mehr so involviert. Ich denke, ich würde jetzt abberaten, dass man wieder einen Büchertreff macht. Gut, Irma, jetzt, wo du etwas sagst, du, ich habe noch gedacht, wie der sein Glas gehalten hat. Dabei versuch, das so zu verstecken. Aber normal Moralweisheit, Irma, sag, wir würden da so ein Lokal überrendieren. Ich meine, es hat doch sicher genug gesagt, die Kundschaft. Da im Bereich Schwamendingen, Öhrmücken, Glaprock und Leutschenbach. das so zu verstecken. Untertitelung des ZDF, 2020